Moin Magic Soul! Ja, heute haben wir dir etwas ganz Besonderes mitgebracht, nämlich die sieben größten Missverständnisse über Seelenpartner aus unserer Sicht. Ja, wir sind Sanette und Isi, meine Seele live aus Kapstadt, wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, starten wir direkt mit dem ersten Missverständnis über Seelenpartner. Jede Seele hat mehrere Seelenpartner in einem Leben. Wow, stell dir das mal vor. Aber zum einen bräuchtest du dich gar nicht abmühen mit dem anderen, sondern dann könntest du gleich zum nächsten gehen. Oder aber, ich meine, wie stressvoll wäre das, wenn du mit all deinen Seelenpartnern zusammenkommen solltest hier. Ich meine, und jedes Mal diesen Seelenpartner-Dualseelenprozess durchlaufen solltest du. Wow, no way. Nein, so ist es auch nicht. Es gibt nur den einen und das ist auch gut so. Denn Seelenpartner haben ja hier eine ganz besondere Funktion. Du sollst ja lernen, wachsen und reifen. Und darum gibt es ja auch diesen Seelenpartner-Dualseelenprozess, um dich eben auf diese besondere, tiefe und wahrhaftige Liebe vorzubereiten. Und das machst du mit dem einen Seelenpartner, der ja der Weg zu dir ist. Ganz klar gibt es mehrere Seelen, wie ich ja neulich schon berichtet habe. Da gibt es ja viel Koordinationsarbeit zwischen den Seelen, um wirklich auch alles so richtig an richtige Stelle zu setzen für den Seelenplan, wann du wem begegnest. Ich meine, auch die Seele, mit der du deinen ersten Kuss erlebt hast, ist ja auch in deinem Seelenplan. Die erste Teenie-Beziehung oder das erste Verliebtsein oder auch die erste richtige Beziehung, die du mit einer anderen Seele gelebt hast und erlebt hast. Und vielleicht bist du auch verheiratet. All das, habe ich ja neulich drüber gesprochen, gehört natürlich auch zu deinem Seelenplan. Und da haben sich eben die Seelen verabredet, um das eben auch zu erleben. Ganz klar kann es aber auch vor dem Seelenpartner eine Verabredung geben, wo du denkst, das ist dein Seelenpartner, der aber dafür da ist, um dich wach zu küssen. Das kann durchaus sein, dass du mit dem sogar eine längere Beziehung führst, bis du dann deinem wahren Seelenpartner begegnest. Und dann weißt du, dass es halt nur den einen gibt. Denn dann erlebst du dieses Wollengefühl und das erlebst du nur mit deinem Seelenpartner. Aber das Schöne ist ja, das wird jeder für sich erleben. Das zweite größte Missverständnis über Seelenpartner ist, wenn ich meinen Seelenpartner getroffen habe, dann darf ich keine Zweifel mehr haben. Aber wie soll das denn gehen? Ich meine, wir sind Menschen und Zweifel zu haben gehört einfach dazu. Das gehört zu unserem Reifeprozess. Es gehört dazu, auch mal Dinge in Frage zu stellen oder vielleicht auch nicht genau zu wissen, ob es funktioniert oder nicht, ob es richtig ist oder nicht. Und gerade bei den Seelenpartnern, das weißt du selbst, ist alles anders als das, was du vorher erlebt hast. Dein Seelenpartner, wenn du den triffst, der stellt alles auf den Kopf und du befindest dich mitten im Chaos. Ich meine, stell dir mal vor, der kann ja durch deine Mauern durchgucken. Du bist ja praktisch schnackig vor deinem Seelenpartner. Das macht natürlich auch vielen Angst, das ist doch ganz klar, weil du hast doch gelernt, du musst Mauern aufbauen und dich schützen. Und jetzt kommt der Seelenpartner daher und der kann das. Und ich habe ja auch neulich gerade darüber gesprochen. Es sind ja nun auch nicht immer die besten Ausgangssituationen, wenn sich Seelenpartner treffen. Meistens ist der eine verheiratet oder vergeben oder beide. Und dann ist das Chaos groß. Ja, und dann ist doch logisch, dass du auch Zweifel bekommst, weil du willst ja nicht alles hinschmeißen, in Anführungsstrichen, was du dir so viele Jahre aufgebaut hast. Es ist dein Nest, es ist dein Zuhause, was du dir gebaut hast. Und jetzt auf einmal sollst du das alles loslassen und hinter dir lassen, um mit deinem Seelenpartner zusammen zu sein, egal was vorher war. Ich meine, das ist doch ganz klar, dass da Zweifel kommen, dass da Ängste hochkommen und dass man sich da manchmal total unsicher sein kann. Aber du darfst auch nicht vergessen, ich meine, weil dieses Thema Seelenpartner eben auch so neu ist und das noch nicht alle erlebt haben, heißt, alle noch nicht ihren Seelenpartner getroffen haben, können das viele auch gar nicht verstehen, was da mit dir passiert. Und somit bekommst du nicht unbedingt Zuspruch vom Außen, sondern die bringen dich eher durcheinander und erraten dir eher davon ab, weil es meistens zu kompliziert ist. Und die sagen dann, ach, du hast einen viel besseren verdient oder der ist verheiratet, der benutzt dich nur und all diese ganzen Sachen, die dann einfach hochkommen. Und natürlich bist du dann auch verunsichert. Ich habe ganz oft auch Kundinnen bei mir, die wirklich verzweifelt sind und sagen, sag mal, Anne, bilde ich mir das alles nur ein oder ist das jetzt wirklich mein Seelenpartner? Ich bin total durcheinander, weil ich einfach mich so alleine fühle mit diesem Thema und es mich einfach auch so überfordert. Und ich möchte doch alles richtig machen. Darum ist es wichtig, dass du auch Zweifel zulässt, weil das bedeutet ja, dass du eben auch, wie gesagt, Dinge hinterfragst und dass du dir da wirklich auch deine Zeit nimmst und deine Ruhe nimmst. Und dass du vor allen Dingen liebevoll mit dir umgehst und dass du weniger auf das Außen hörst, sondern mehr auf dein Inneres. Das heißt, dass du mehr auf dein Herz hörst, mehr auf deine Intuition, dass du viel mehr im Einklang mit deiner Seele bist, weil die führt dich durch diesen Prozess. Also, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn Zweifel hochkommen, wenn du deinem Seelenpartner begegnet bist. Das ist normal. Wir sind Menschen. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten größten Missverständnis über Seelenpartner. Nicht jede Seele trifft seinen Seelenpartner in diesem Leben, denn es ist eher wie ein Sechser im Lotto. Nein, dem ist nicht so. Und das ist auch gut so. Denn, habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, das Thema unseres neuen Zeitalters ist, dass sich Seelenpartner treffen, dass sie zusammenkommen, dass sie diese erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft leben, dass sie als Pioniere vorangehen und diese neue Liebe, die Liebe der neuen Welt und der Zukunft einläuten. Das heißt, das Universum hat die Tore aufgemacht, sodass jetzt wirklich immer mehr Seelenpartner zusammenkommen. Und jeder hat einen Seelenpartner und wird ihn auch treffen in diesem Leben. Jetzt gilt es eben darum, zu der Version zu werden, um diese erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft zu leben. Also, alles ist auf Go. Jede Seele wird in diesem Leben seinen Seelenpartner treffen. Ist das nicht cool? Das vierte größte Missverständnis über Seelenpartner ist, Seelenpartner kommen immer sofort zusammen und das ist total toll und harmonisch. So nach dem Motto, es ist doch mein Seelenpartner, der muss mich doch auf Händen tragen und glücklich machen. Nein, dem ist nicht so. Das heißt aber nicht, dass Seelenpartner nicht sofort zusammenkommen können. Dann je nachdem, was eure Seelen geplant haben, wie euer Zusammenkommen sein soll. Es wird aber immer so sein, dass Seelenpartner einen Prozess durchlaufen, nämlich den Seelenpartner-Dualseelenprozess. Dass der natürlich bei jedem anders läuft, ist ganz klar, je nachdem, welche Reife ihr mitbringt. Weil dieser Seelenpartner-Dualseelenprozess ist ja die Vorbereitung auf eure erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft. Wo es ja um die Selbstliebe geht, wo es um die Selbstheilung geht, wo es um die Selbstverantwortung geht, um die Selbstsicherheit. Also nicht mehr die Sicherheit im Außen zu suchen oder dass der Seelenpartner einen glücklich macht, sondern das ist deine Aufgabe. Natürlich wird dich dein Seelenpartner auch mal auf Händen tragen und natürlich wird dein Seelenpartner auch ganz oft dieses Glücksgefühl in dir auslösen, weil letztendlich kannst du dich ja nur glücklich machen. Und es wird ganz, ganz, ganz tolle, harmonische Momente mit deinem Seelenpartner geben. Das Schöne ist ja auch, je länger ihr zusammen seid, desto tiefer wird ja eure Liebe. Das ist ja das Faszinierende. Ich meine, ich bin jetzt mit Lutz 14 Jahre zusammen und unsere Liebe wird jeden Tag tiefer. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Aber das erlebst du mit deinem Seelenpartner. So, und nun muss man natürlich immer gucken, weil in den meisten Fällen ist es so, dass da eine oder eben auch beide Seelenpartner verheiratet sind oder eben vergeben. Das heißt, da muss natürlich auch erst mal etwas geklärt werden, bis man überhaupt zusammenkommen kann. Und was ich eben ja auch schon angesprochen habe, da spielen ja auch ganz viele Ängste mit und natürlich auch Zweifel. Und vielleicht geht man da auch mal wieder einen Schritt zurück und dann auch mal wieder einen Schritt vor. Dieser berüchtigte Rückzug, über den ich ja auch schon oft gesprochen habe, wo es eben auch nochmal darum geht, wirklich auch nochmal seine Hausaufgaben für sich zu machen. So, und das Schöne an einer Seelenpartnerschaft ist ja eben auch, dass es nicht immer total harmonisch läuft, sondern dass es da eben auch Auseinandersetzungen gibt, dass es da Reibungspunkte gibt. Aber ihr entscheidet, wie ihr damit umgeht. Und das Faszinierende ist, bei einer Seelenpartnerschaft mit deinem Seelenpartner, es ist egal, wie heftig der Streit ist oder was da gerade los ist oder welche Geburt jetzt gerade erlebt wird, weil ich nenne das ja immer Geburten, weil das ja manchmal echt hart ist, wo man da jetzt durchgehen muss, dass du weißt, dass du zusammengehörst. Dass du keine Angst haben musst, dass der andere jetzt geht. Das heißt nicht, dass du dem anderen jetzt alles zumuten kannst, das ist ganz klar. Aber es ist komplett anders als das, was du vorher erlebt hast, wo du vielleicht vorher weggelaufen wärst und gesagt hast, ach nee, also das geht ja gar nicht oder so. Sondern wo du den anderen nochmal ganz anders wahrnimmst, wo du diese Liebe lebst. Das heißt, auch wenn der andere dann mal doof ist, dich nicht auf Händen trägt oder alles total harmonisch ist, dass du trotzdem diese Liebe und diese Verbundenheit spürst. Diese Oneness. Und das finde ich faszinierend. Es sind ganz viele wundervolle Momente, die du miteinander erlebst und auch dieses morgens schon aufwachen, wo du den anderen schon vermisst, weil du nur geschlafen hast. Oder wo der andere mal kurz weg ist und du ihn wieder siehst. Das ist eine Verbundenheit. Das ist der Wahnsinn. Und das ist eine Intensität dieser Liebe und dieser Oneness, was man eigentlich kaum beschreiben kann. Das kann man wirklich nur erleben. Darum, mach dich jetzt nicht verrückt, wenn du nicht gleich mit deinem Seelenpartner zusammenkommst oder er dich nicht gleich auf Händen trägt oder glücklich macht. Erstmal spiegelt er und er wird dir die ganze Zeit spiegeln, solange ihr zusammen seid. Und du wirst merken, dass sich dieser Spiegel immer mehr verändern wird. Dass du immer mehr ganz viel Wundervolles in diesem Spiegel sehen und entdecken wirst. Nämlich das Wunder, welches du bist. Was ich aber auch noch sagen möchte zu der Seelenpartnerschaft, warum ich die so faszinierend finde und warum ich auch gut finde, dass es nicht immer gleich so total toll und harmonisch ist, sondern dass einfach mehr Tiefe auch gefragt ist. Dass Seelenpartner schon am Anfang sozusagen das Pferd von hinten aufzäumen müssen, auch wenn das manchmal schwierig und wenn das hart ist und wenn das verdammt wehtut. Ich meine, könnte mir noch ein bisschen weniger wehtun, ja, aber weißt du, damit festigst du diese Partnerschaft. Weil in dem typischen Beziehungsmodell, was wir ja lange gelebt haben oder was eben auch noch typisch für unsere Gesellschaft ist, wo man zusammenkommt, bam, und dann spielt man auf Folge 7, man findet alles toll, man hat die rosa-rote Brille auf und dann irgendwann nimmt man die rosa-rote Brille ab. Und ist total enttäuscht, weil es nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, weil man einfach nicht miteinander kommuniziert hat. Aber da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht und habe, wo ich mal diese beiden Modelle nebeneinander gestellt habe. Und das finde ich so faszinierend bei einer Seelenpartnerschaft, dass du da wirklich in die Tiefe gehst. Dass du lernen musst, miteinander zu kommunizieren, dass du auch lernen musst und darfst, dich zu verändern und mal selbst zu reflektieren und zu schauen, passt denn überhaupt das, was ich vorher gedacht habe oder wie ich mich gesehen habe oder wie ich die Welt wahrgenommen habe, zu meiner Programmierung. Passt das überhaupt zu dieser Partnerschaft auf Augenhöhe, die ich ja letztendlich mit meinem Seelenpartner leben will, die ja so neu und so anders ist? Was darf ich verändern? Und das finde ich so faszinierend, dass es eben nicht alles gleich sofort Bäm und super, sondern dass es eben auch oft da nochmal Prozesse gibt oder Etappen gibt, wo es einfach nochmal darum geht, wirklich zu reflektieren. Also ich finde das mega cool von den Seelen, wie sie das eingerichtet haben. Wie gesagt, es liegt an uns Menschen, wie wir damit umgehen. Aber letztendlich ist es eines der größten Geschenke, die wir uns machen können, weil wir uns selbst entdecken, weil wir dadurch immer mehr wir selbst sein dürfen. Und das ist das, was in der neuen Welt gebraucht wird. Wir selbst keine Rolle mehr spielen oder uns irgendwelche Story erzählen, wie wir sein sollen. Nein, dass wir wir selbst sind. Das Wunder, welches wir sind. Ist das nicht cool? Das fünfte größte Missverständnis, weil Seelenpartner ist, wenn ich meinem Seelenpartner sage, dass er mein Seelenpartner ist, dann muss er sich ja sofort für mich entscheiden. Nein, er wird es nicht immer können, denn du musst immer schauen, wie sind gerade die Umstände, was muss geklärt werden, was muss losgelassen werden, was muss neu geordnet werden. Und so gerne er das vielleicht auch möchte, können da eben auch Ängste oder Blockaden ihm im Weg stehen. Und letztendlich ist das ja auch manchmal so ein kleiner Manipulationsversuch, oder? Wenn ich ihm das sage, dann muss er sich ja für mich entscheiden und Seelenpartner lassen sich nicht manipulieren. Und das ist auch gut so. Und dennoch kann ich total nachvollziehen, wenn du weißt, dass das dein Seelenpartner ist und er weiß das noch nicht, dass du ihm das natürlich unbedingt sagen willst, weil ihr ja füreinander bestimmt seid. Aber wenn er noch gar nicht so weit ist, kann das durchaus sein, dass ihm das große Angst macht, dass er sich dadurch irgendwie in die Ecke gedrängt fühlt und erst mal wegläuft. Darum schau immer deine Situation an und schau auch deinen Seelenpartner an, inwieweit du ihm das mitteilen möchtest oder wie du damit umgehen möchtest. Und ich weiß noch, damals 2010, als Lutz und ich in dieser Phase waren, das war glaube ich das zweite Date, wo ich zu ihm sagte, weißt du Lutz, so eine tiefe Verbundenheit habe ich noch nie gespürt. Das ist so vertraut, als ob wir uns schon immer kennen, so auf Seelenebene. Und damit konnte er was anfangen, damit Spiritualität hatte er nichts am Hut. Und er sagte, ja, genau so empfinde ich auch. Und merkst du, was passiert, wenn du deinen Seelenpartner so abholst? Und darum lade deinen Seelenpartner oder ihm deine Seelenpartnerin ganz behutsam zu diesem Thema ein. Das sechste größte Missverständnis über Seelenpartner ist, Seelenpartner sind tabu, wenn sie vergeben oder verheiratet sind. Nein, dem ist nicht so. Aber da habe ich ja neulich erst ein ganz wundervolles und ausführliches Video mit meiner Seele Easy geführt, wo es eben genau um dieses Thema ging. Und ich finde, sie hat das mega cool erklärt, warum Seelenpartner da eine Ausnahme sind. Das siebte größte Missverständnis über Seelenpartner ist, beim Seelenpartner geht es primär darum, ihn zu bekommen. Nein, dem ist nicht so. Aber jetzt nicht traurig sein. Es geht schon darum, dass ihr auch zusammenkommt. Aber in erster Linie geht es darum, dass du wirklich du selbst wirst. Dass du zu der Version wirst von dir selbst, die eben diese erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft leben kann. Auf Augenhöhe, wo du sein darfst, wie du bist. Und was ich immer wieder sagen kann, die Seelen haben es doch hervorragend eingefädelt, dir diesen Leckerbissen deinen Seelenpartner sozusagen zu geben, dass du überhaupt bereit bist, deine Inner Work zu machen. Um eben für dich in deine Selbstheilung zu gehen, in deine Selbstverantwortung, in deine Selbstliebe, deinen Selbstwert zu erkennen. Das finde ich jedes Mal so fasziniert. Und natürlich gibt es da auch eine Belohnung, dass ihr letztendlich zusammenkommt. Denn ihr sollt ja diese erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft leben. Denn das ist ja die Partnerschaft, das ist ja die Liebe der neuen Zeit, der neuen Welt, der Zukunft, die jetzt gelebt werden soll. Ach, ich liebe einfach die Mission unserer Seelen, wirklich diese wahrhaftige und tiefe Liebe leben zu können. Auch diese Seelenpartnerschaft. Ich kann dir das wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist etwas ganz Besonderes. Und dieses One-Gefühl zu erleben und dieses One-Gefühl auch zu leben, das ist so mega cool. Und stell dir mal vor, wir sind hier, um das einzuleuten. Wir sind hier, um Vorreiter zu sein für andere, dass sie sich auch trauen. Und stell dir mal vor, es trauen sich immer mehr Menschen, weil wir es vorleben. Es trauen sich immer mehr Menschen, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ich entscheide mich für meinen Seelenpartner. Wie viel Liebe wir auf diese Welt bringen, wie viel Glück geteilt werden darf. Und wie sich die Welt verändert, wenn wir diese Liebe leben, ist das nicht cool? Und weil es so schön ist, haue ich jetzt nochmal zwei Missverständnisse oben drauf. Okay, das achte größte Missverständnis über Seelenpartner. Seelenpartner kommen nie zusammen. Hast du schon gehört? Begegnet mir immer wieder, wo ich wirklich verzweifelte und traurige Mitteilungen bekomme. Annett, ich habe gelesen und wir sollen gar nicht zusammenkommen. Das kannst du gleich mal aus deinem Repertoire streichen sozusagen. Nein, ihr seid dazu da, um zusammen zu kommen. Habe ich ja eben darüber gesprochen. Um diese besondere Liebe der Zukunft, der neuen Welt, der neuen Zeit zu leben. Also habt keine Angst. Ihr seid dafür da, um zusammen zu kommen. Wie lange das dauert, bis ihr zusammenkommt, das liegt an euch. So, und das neunte größte Missverständnis über Seelenpartner, das finde ich mega spannend. Denn das besagt, Seelenpartner gibt es gar nicht. Das ist alles Schwachsinn. Wow, ist mir neulich erst begegnet. Und weißt du, was ich in dem Moment dachte? Ich wünsche ihr von ganzem Herzen, dass auch sie endlich ihren Seelenpartner trifft. Und das wird sie. Und dann wird sie verstehen, worüber wir reden. Und dass es kein Schwachsinn ist, sondern dass es etwas ganz Besonderes ist. Was denkst du? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Schau von Now. We love you. Du bist Magic. Deine Annett und Isi.